Dauerhafter Lärm am Arbeitsplatz und in der Freizeit kann zu einer bleibenden und irreversiblen Schädigung des Gehörorgans führen, die sogenannte Lärmspeerhörigkeit. Wichtig für unser Gehör ist, dass man bei lauten Arbeiten konsequent Gehörschutz trägt, seien es Kapselgehörschützer, Gehörschutzstöpsel oder an Ohr und Lärm angepasster Gehörschutz. Das Wichtigste ist, dass am Arbeitsplatz immer ein Gehörschutz griffbereit ist. Diesen Ratgeber widmet Ihnen die AUVA.